hallo leute und herzlich willkommen hier zu 7 days to die und einem kurzen info video von mir und zwar es ist folgendermaßen wir mussten ja leider neu starten viele von euch haben es gelesen vielen dank an der stelle für die leute die mich darauf aufmerksam gemacht haben dass wir neu starten müssen weil es halt einfach wichtige gamechanges gab ja jetzt stehe ich vor einem problem und zwar wir haben zwar aufgenommen problematisch daran ist aber das windows 10 ja wunderbar geupdatet hat und ich seitdem ein paar kleine probleme mit meinen usb anschlüssen habe beziehungsweise hatte habe naja gut und die ersten beiden folgen sind halt leider ohne ton also spiel sound ja aber meine stimme nicht und von den anderen beiden auch nicht das heißt die staffel wird ein bisschen untypisch starten das heißt sie wird quasi in folge drei starten weil leider hatte ich das vorher nicht realisiert dass es nicht funktioniert hat in den ersten beiden aufnahmen deswegen habe ich mir gedacht werde ich das jetzt so machen ich will mich jetzt nicht rumdrehen weil ich hier gerade mitten bei uns in der base schon stehe ich will hier gar nicht so viel spoilern gerade das werdet ihr dann sehen aber ja aber naja gut wir starten ja in folge drei von da ist es ein bisschen doof darüber wollte ich euch eigentlich nur informieren ich werde euch die erste und die zweite folge für die leute die es trotzdem sehen wollen was wir vielleicht gemacht haben werde ich euch die kanalbeschreibung packen hier von dem video ansonsten werde ich direkt euch auf wird danach im anschluss direkt die dritte folge kommen ja ist leider ein bisschen doof ein bisschen schade ich weiß jetzt nur nicht wie es gerade anders da regeln soll weil bei dem lpt nach sprechen oder drüber sprechen ich weiß nicht fand ich ein bisschen doof denken vor allem da ja auch die stimmen der anderen beiden fehlen also von daher kurze erkläre noch dazu wir haben uns für den neustart haben wir uns einfach nur zusammengeportet damit der neustart diesmal ein bisschen schneller von statten geht und haben uns halt nicht großartig gesucht und haben uns dann relativ zeitnah schon eine base gebaut um einfach die ersten tage zu überleben ja ihr seht ja ungefähr wie weit wir sind das infovideo findet jetzt nach der aufnahme sich in stadt von der zeit her ich wünsche euch trotzdem viel spaß mit der neuen staffel es kommt jetzt heute heute ist donnerstag wird jetzt noch eine folge kommen und folge vier und fünf bringe ich jetzt morgen am freitag von dem neustart oder ja hatte über das wochenende ein bisschen was zu gucken wenn er wollt darüber wollte ich euch nur informieren ähm falls irgendwas sein sollte was euch da was auffällt schreibt es euch bitte einfach in die kommentare und wir sehen uns in der nächsten staffel ю li lü 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 Vielen Dank.